Zack. Und da gleich weitermachen. Tralali, tralala, tralaholpsasa. Juppei die und juppei da. Fideralala, Fideralala. So, der ist jetzt auch bald erledigt. Während die anderen da drüben rumkloppen. Zack, zack, zack. Na? Katze, was hast denn du? Du hast doch was zu fressen. Lass mich doch mal meine Selbstgespräche hier führen und geh weg. Ups, war das jetzt dumm, dass ich hier weiter angegriffen hab? Ne. Passt zu weit. So. So. So, so. So. Ne. Ja, ich hab auch schon Kommentare gelesen, dass ich irgendwie was, was total gut für mich wäre, dass ich da auf Gear gemacht hab. Das, das könnte vielleicht darin liegen, dass ich, wie schon tausendmal erwähnt, kein Pro-Gamer in World of Warcraft bin und das auch nie war und nie sein werde. Und das ist mir dann auch relativ egal. Ich, ich, äh, ja. Muss nicht immer das aller, aller beste Equipment haben. Wenn mir was über den Wege läuft, was mir gefällt, nehme ich es mit. Aber, naja. Ob ich jetzt noch irgendeinen, irgendwas finde, was in der Schiltern geführt wird, was mir dann zwei FPS mehr bringt oder so. Ja, wenn man es hat, ist schön, aber wenn nicht, muss ich... Ups. Äh, ja. Kriegen wir das trotzdem? Äh, da muss ich jetzt echt sagen, habe ich gerade gepennt und nicht aufgepasst, aber es scheint gerade noch so... okay zu sein. Also jetzt nicht so das Vergleich, deswegen verrecken. Ah. So. Jetzt sieht es aber soweit gut aus, können wir gleich wohl weitergehen. Äh. Ist ja... Äh. Toll. Ist ja kein Problem, solange... nicht alle sterben. So. Gut, dann... So... und... So... Oder auch nicht. Was haben wir da? Irgendwas als Schild? Schild kann ich nicht tragen. Oh. Und... So... Äh... Die leben hier alle. Ich dachte, dass wir den Leichen, die hier um mich herumliegen. Macht mal die Ratten kaputt. So. Ja. So. Jetzt können wir hier weitermachen Und ich sehe auch schon, ich nehme seit ca. 24, 25 Minuten auf Das heißt, wir haben schon eine gute halbe Stunde zusammen Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Parts schneide Ob ich da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Oder 20 Minuten draus mache Muss ich ja mal gucken Ich denke mal, so 20 Minuten geparzt sind eigentlich ganz gut Hört auf mich hier zu Zu Debuffen hier Das ist doof Das ist ganz doof, das mag ich nicht Okay Dann sollten wir dich vielleicht nochmal auslöschen Wäre, glaube ich, ganz hilfreich Und den hier weg Und dann Hier habe ich noch was abzugeben Das wäre dann da drüben Wo sind wir denn? Sind wir hier? Ne, doch Äh, wie auch immer Ach ne, wir müssten hier sein So Gut Dann haben wir hier noch so einen Boss Und ich glaube, dann Geht es auch schon oben links weiter Kette Kette Brauche ich nicht Äh, Schild Auch nicht Dunkelgebobene Klauen Habe ich gewonnen Wow So Na komm Das war das letzte Geht irgendwie schnell Na gut Na gut, na gut Äh Da glitzert noch was Ah Inventars Voll Die Dinger kann ich wegschmeißen Und das mitnehmen So Da ein bisschen Sprinten Genau Jetzt geht es dahin In die Richtung Wo ich die Quest abgeben muss Da könnte ich jetzt theoretisch Hinterher aus der Gruppe rausgehen Nachdem ich die Quest abgegeben habe Aber So eine Sau bin ich nicht Außer Weichweite Wo ist denn hier Ist was Gegnermäßiges Da ist was Gegnermäßiges So Jetzt haben wir hier was Und dann können wir hier wohl bald In die Richtung weitergehen Achso Das ist dann nur noch Der Durchgang Und dann sind wir schon Vor diesem Gebäude Da Welches Gebäude Das auch immer Ist Stirb du mal Einfach sterben Ist doch nicht so schwer So Danke Essenz des Untodes Brauche ich nicht Aber ich habe gewonnen Wow Dann komm du mal mit Hier Zu den anderen Leuten der Gruppe So Hör auf Mich wegzuschmeißen Das finde ich nicht gut So Gleich bist du tot Jetzt bist du tot Platte Kann ich nichts mit anfangen So Quest abgeben Irgendwo Darüben in einem Gebäude Oder was Na ja Gucken wir gleich mal Erstmal müssen wir hier sowieso so ein paar Monstrositäten Geilspucker Giftröpser Was sind das für Namen Auf jeden Fall müssen wir diese Monstrositäten erstmal vernichten Bevor wir hier überhaupt weitermachen können Oder überhaupt annähernd weitermachen können So Aber da habe ich schon wieder einen Vorteil gemerkt Dadurch dass ich Warum ist nur Zweite Monitor schwarz Dadurch dass ich Mit Dx Story Aufnehme Denn als ich hier die Aufnahme angefangen habe Habe ich schon gemerkt Auch scheiße ist das Sound laut Aber das ist ja für mich kein Problem Weil ich die Lautstärke für euch im Video Nachträglich Bei der Bearbeitung Über Sony Vegas festlege Hätte ich jetzt mit Traps aufgenommen Hätte ich das Ganze nochmal unterbrechen müssen Und dann darauf achten müssen Dass ich Äh Ja die Lautstärke Nämlich sprechend anpasse Damit euch die Ohren nicht wegfliegen Beziehungsweise damit ihr mich überhaupt hört So Äh Wirst du hier mal Sterben Stirbst du Bitte Wäre Verdammt lieb Magst du nicht Ich möchte aber dass du stirbst Danke So Jetzt kommt da schon das nächste Vieh raus Rammstein Aber währenddessen hat der Healer zumindest Zeit So ein bisschen Mana zu regenerieren Und so viel HP scheint er nicht zu haben Also das sollte nun wohl recht schnell erledigt sein Der Healer ist auch schon fast wieder voll mit Mana Und ich müsste mir dann auch mal nachdem wir hier durch die Instanz sind die Nase putzen Ich weiß nicht ob ihr es merkt aber ich merke es gerade extrem Dass meine Nase wieder total dicht ist Was bist du denn Du bist doof Jetzt haben wir hier nochmal so ein paar Einzelfiecher die da rausgerannt kommen Das sind aber keine Elite das heißt sie sind ruckzuck erledigt Ein paar AOE Angriffe von einem anderen DD oder ein Tank und fertig Obwohl Das ist auch ein AOE Angriff Sieht so aus Kostet aber scheinbar eine Menge Energie Wie viel kostet das 45 Ja ist aber AOE Hätte das mal eben bei den kleinen Viechern gewusst Ach ja Ist noch irgendwo was Nö So Ach ne hier war ja gar kein Gebäude am Ende Das war ja in der normalen Stratholmenweg Und nicht hier beim Dienstboteneingang Also es ist hier der Endboss von der Instanz Und dann hätten wir es schon So So Und So Und So 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 Da kommen jede kleinen mit so einem Ip Auslöschen Genau Und jetzt ist es auch schon besiegt Quasi Komplett Was haben wir da jetzt Stoff Brauche ich nicht Du bist Kette Brauche ich auch nicht Und das war's dann Jetzt habe ich einen Mantel Trossen gewonnen Hübscher Kiesel Was kann ich denn mal wollen Das ist doch nichts wert Was habe ich das Ding mitgenommen Das wollte ich doch haben So Annehmen Annehmen Trx Ja Das ist das ganze Gruppe verlassen So jetzt sind wir schon unmittelbar vor Level 54 Dann würde ich mal so sagen Was habe ich denn jetzt Ich habe hier einmal Da eine Drüse die ich sammeln muss Die habe ich aber auch da Und da muss ich halt die Samen aus dem Wasser sammeln Na dann gucken wir doch mal Das sind Fische Ich weiß nicht Jetzt muss ich das Ding hier einfach so ins Wasser schmeißen Ins Wasser Ach da Schwimmt das Zeug rum Ich kann nicht mehr tragen Scheiße Da hätte ich eben dran denken können Das Ding weg Kann man die nicht stecken Oder stecken die nur bis 10 Ist sowieso ungewohnt hier Dass die nur bis 20 stecken Der Stoff und so Ich bin es halt von Minecraft gewohnt 64er Stacks zu haben Aber naja Da drüben schwimmt was Du Zu Hallo Zu Eine von vier Wo haben wir jetzt noch was Wo schwimmt ihr rum Da drüben vielleicht Lass mich doch mal unter Wasser gucken Hier oben seh ich nix Hier oben seh ich nix Äh Nö Drei von den Dingern brauch ich noch Irgendwo 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 irgendwie Ist das hier nur in dem Oder auch da drüben mit Ich guck hier noch mal kurz unter Wasser Nicht beschäftigt Nicht beschäftigt Weil ich hab ja auch seit Seit lange vor dem Release Kein WoW mehr gespielt Aber hier ist irgendwie nix Keine Samen die ich brauche Sollten aber hier sein laut Karte Sollten aber hier sein laut Karte Ah da drüben Zwei von vier Ach ne dann bleib ich mal hier in dem Flusslauf Mal gucken ob ich hier nochmal runterkomme zum tauchen Hallo Tauchen Danke Da drüben seh ich was Ah 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 Hier war auch was Dann hab ich hier jetzt Nummer drei Und da drüben war Nummer vier Halt Die So Vier von vier Da drüben ist auch schon wieder was Aber jetzt bin ich ja Voll ausgestattet Obwohl hier nehmen wir mal Den goldenen greifen Und Wenn ich die Quest abgegeben hab Hier sind wir schon 40 Minuten Aufnahme Dann höre ich auch auf Dann mach ich hier zwei Parts von 20 Minuten draus Werd mir die Nase putzen Und eventuell gleich weiter aufnehmen Das anregen Ah ja Ah ja Das hab ich denn da jetzt noch angenommen Katze sei mal ruhig Das da Was ist denn das auch so da Sturmflamme töten Also ist das Firmondrüse Von irgendwas Und das ist da drüben hin Naja Und die macht Dann guck ich dir gleich mal Wie ich weitermache Ich höre jetzt erstmal auf Bis dahin Und tschüss Bis dahin Ja Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.